Ja, eine Art Brief auch an die Polizei, an die Gemeinde, den Staat, natürlich auch an die Polizei. Wären es Ausländer natürlich und wäre alles legal, bitte. Hört trotzdem ein wenig damit auf, wären es Wiener natürlich. Wären es Wiener natürlich, es wäre alles legal, hört trotzdem ein wenig damit auf und diese Anzeigen sofort und so weiter. Natürlich wären es Ausländer, es ist ein wenig im Illegalen. Also, damit kann man trotzdem auch aufhören. Natürlich wären es Wiener und sie zeigen alle an. Natürlich wären es Wiener und sie zeigen alle an.